Ok, Buben. Moment, ein Bitt. Warte mal, wo in die Süge kommen? Bitte beim Sheriff. Schuh, oder? Du erinnert. Der Gnosten. Seht ihr es? In der Gefängnis stellen, schaffen sie es am besten. Ok, Buben. Dann kraft er mir jetzt das rote Holz, wenn ich den Blut ab. Ah, da links habe ich gehören. Traumatik. Das ist ein Regalweg. Bleib vorbar, aber jetzt mein ich. Das ist ein Regalweg. Aber ein Ziegel, haus da mit. Da oben brauch ich auch nicht, vorübergehend. Na gut, hundert Stück geh. Werd' ich gelungen. Das wird mir beim besten Willen gelungen. Gut, das will ich. Richtig geil. Natürlich. Du bekommst. Du bekommst. Du bekommst. Werd' ich. Ab hier. Landball. Die rustikale Dür Und Stühle Der Woodplanter Gehen wir an den Hobby Was möchtet ihr da? Ein Tierstück Der Dummisch Vom Gottes Willen schön Ich geh mein schön und überrumpe mich Der Rode Woodball Der Rode Oder 60 Schau mal her, was du nicht rummatt Ja, bitte auf, das ist relativ gut gegangen Aber natürlich werde ich gleich relativ viel tunzei Wenn wir die da wischen Oh ja Die dumme Sau Der da hinten brennt Na mal, ich schau den aus Warte ich gleich Au Der schluckt dich Ah, dieses Brauchhirn Ist ein bisschen lästig Ich hab gar nicht den Balken Warte mal Fenster 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 Komm ich da noch ein Schädel rum Pierfassel und Regale Du schau mal Lappen geh Und der Rätsel da rin Na gut, das ist die Vorratskammer geh Stühle und ein Tisch Und ein Bett Und ein Bett Oder zehn Stück Vom Tisch Woher sind ich Und dann brauche ich noch Ein rotes Bett Und dann Eine Urne, kann auch um Da möchte ich auch noch eine haben. Tundra Flower, da wie drüben im Lager. Motten. Schaut das mit der Motten. Leder, das ist auch noch. Aber irgendwo egal. Gondel egal. Hört das. Bleme kriegt das später. Dann komme ich mit dem Gondel blemisch raus dabei. Und der Oma möchte eine Schüttelung. Achso, das Warnhaus. Das ist der Saloon. Das ist der kleine Landpark. Das ist der kleine Schüttelung. Das ist der kleine Schüttelung. Das ist der kleine Büger. Drei habe ich noch. Das ist so ein bisschen, die ganze mittrische. Du, schau dir das Auto an, Mats. Da braucht er noch ein bisschen Rot-Holz, gell, wenn wir das normale haben. Ja, das ist auch ein guter Mann. 40 Stück, he? Lachen wir nicht. Seh ich dir. Aha, da hat er gespurtschig. Möchtet er auch einen Hooker? Bitte einen Hooker. Scheiße. Wenn mir die Ecke wünsche ich. Dann würde ich gerne mich da noch. Schau. Wurde noch um. Blaues Bett. Das auch noch. Bett, blau. Scheiße. Blaue Bett können wir schon mal nicht craften. Der Hooker. Der Bitt und Hooker. Da brei noch die Fenster. Da. Und die Mangel sind bald. Rund sind wir fertig, oder? Da. Aber gut. Meter runter ins Bett. Und ein Regal. Bitt. 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 Schädel weg. Dann braue ich noch die blaue Farbe. Bitt. 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 weil fertig, gell? Da möchte ich dann ein paar Holz haben. Ich teile aber so angebaut und hüttel weiter. Vielleicht, da ist gut. Er ist schon wieder. Wärme schön. Oh, ein Freund dort auch noch. Ja, gut, fahren wir weg. Dremelig geht ja nicht. Aber so mal. So hoch hinaus wollte ich gar nicht. Ich werde aufs Sand konterpolten. 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 Schaut mal, das wird der Stuhl her. Der Kaube braucht den Stuhl. Und geschredderte Plättl. Ein Deal. Oh Gott. Überruh. Der Zaun. Ich werde aufs Sand konterpolten. Da möcht' ich ein Tier haben Du wie schaut'n aus? Haben wir ein paar Tieren im Angebot Woodgate Ich hab' da sechs Stück Klingt das? Das waren die ersten drei Na ja, wenn wir das so schau' Wieder nix symmetrisch, gell? Eine Katastrophe Und das Holz da, in der Dunkle Und so, wenn wir überhaupt das gelang nicht A Dope Roof Ein Ziegelloch Haben wir nicht? Ich hab' kein Geziegel, das ist doch dabei Zu meiner Schande Na ja, gut, den Stuhl muss ich noch ein bisschen ausgruben, gell? Aber Die Feinheiten kommen später, die meistens Ja, gut, das ist der Heiboden Und dem Heiboden fehlt noch das Ziegelloch Den geht mir natürlich nicht dabei um Ja, das ist grad' die Frage Bauen wir mit dem Ziegelloch? Oder nehmen wir ihn wieder davon Das Ding hier Das Bleidltoch Wobei Bisschen Abwechslung meine Schottig, oder? Der Lammbeil kommt noch rum Der Lammbeil kommt noch rum Schöttl So, warte mal Er wollte noch ein Bierfessel haben Steck jetzt da wohl Und der Pullo wohl Natürlich, oder? Nicht verständlich, ob ich den dabei Der Kran Der Kran Da geht dann die Luft auf den Heiboden Hier Brauche ich noch Regale Aber nur legale Anfänger ... Däres